Geschätzte Zuhörer, wie Sie auf dem Flyer sehen, haben wir auch dieses Jahr wieder einen Gast-Solist bei uns. Ich finde mich besonders geehrt, dass wir dieses Jahr einen Gast-Solist haben, der in unserer Hinterreihe spielt, und zwar im Begleitsatz. Und zwar ist das aus Tschechien angereist, und zwar am Donnerstag schon, der František Hršabek. Ich möchte oft wieder den František, weil er seinen Titel gerade selbst sagt, weil seine selbstgemachte Komposition trägt den ganz speziellen Titel «Ein Spaziergang mit dem Teufel». Dieses Stück habe ich nicht geschrieben für Publikum, auch nicht für Musiker, aber für meinen Hund. Er heißt Teufel, er heisst Teufel. Vor drei Jahren haben wir gespielt haben, wir waren einmal im Wald, er hat jetzt 55 Kilo, aber war das 60 damals. Und wir gingen in diesem Wald, und unten der Berge war ein Fluss, und er trat Wasser. Und dann dieses Tempo von dieser, ist das die Atmosphäre wie damals. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay! You, 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 you. You, you. You, you. Musik 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 Musik